Hallo zusammen, die APY gehört für mich ja inzwischen abgeschafft als Kennzahl und in Rente geschickt. APY ist ja eigentlich nichts anderes als ein Marketinginstrument, das Werbung machen soll für bestimmte Yield-Farming-Produkte. Und die APY, die suggeriert einem Jahr, dass man quasi mit einem bestimmten Ertrag nach einem Jahr rechnen kann. Also zum Beispiel ein APY von 10% würde dann suggerieren, dass man nach einem Jahr Gewinn von 10% gemacht hat. Und dass das nicht stimmt, das wissen wir inzwischen alle, denn die APY selber ist ja sehr volatil. Klar, sie kann hochgehen, aber in der Regel geht sie ja eher runter. Und gleichzeitig hat man es dann eben auch mit sehr volatilen Assets zu tun, die in den letzten anderthalb bis zwei Jahren im Grunde auch nur im Preis verfallen sind. Als Beispiel könnte man hier jetzt mal den Matic-Token nehmen. Der Matic-Token, der bringt zurzeit im Liquid-Staking so um die 4% APY. Und gleichzeitig ist er aber zum Beispiel hier von März bis heute um 50% gefallen. Und das heißt ja, dass man jetzt schon quasi eine Rendite von 100% braucht, um von den 60 Cent wieder auf die 1,20 Dollar zurückzukommen. Und wenn man jetzt hier das versucht mit Liquid-Staking zu machen, mit den 4%, dann braucht man immerhin schon etwas mehr als 20 Jahre, um seinen Verlust wieder reinzufahren. Und APY ist dabei für mich auch sehr, sehr eng verknüpft mit Yield-Farming-Produkten und lenkt dabei so ein bisschen davon ab, dass wir im DeFi-Bereich noch ganz andere Instrumente zur Verfügung haben, um Renditen zu erzielen. Insbesondere auch Renditen, die unabhängig sind von Kursschwankungen. Und diesmal rede ich nicht von Stablecoins, sondern ich rede hier von den sogenannten Funding Rates. Und Funding Rates finden sich in erster Linie in Perpetual-Protokollen. Sie gibt es aber auch in Optionsprotokollen oder in Future-Protokollen. Das alles klingt sehr kompliziert. Aber wenn man es hier so einsetzt, um Rendite zu generieren, wie ich das hier in diesem Video vorstelle, dann ist das eigentlich super einfach. Es ist eigentlich fast genauso einfach wie Liquid-Staking oder ähnliche Produkte. Und als Beispiel habe ich hier mal Polynomial zum Beispiel genommen. Das ist also eine Perpetual-Plattform, die zu Synthetix gehört. Und bei Polynomial bekommt man eben auf den Matic-Token zurzeit eine Funding-Rate von 51,87% pro Jahr. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, Funding Rates sind auch sehr, sehr volatil. Sie können sich im Grunde stündlich ändern. Und deshalb werden die Funding Rates auch normalerweise nicht in pro Jahr eingegeben, sondern in pro Stunde. Das kann man hier in dieser Ansicht eben auch umstellen. Ich habe das jetzt für euch mal auf Jahr umgestellt, um mal eine Vergleichbarkeit zum Liquid-Staking herzustellen. Also 51% bekommt man hier. Und gleichzeitig auf hmx.org bekommt man eine negative Funding-Rate auf den Matic-Token von 42%. Und Vorsicht, eine negative Funding-Rate bedeutet nicht, dass man Minus macht, sondern man macht auch Plus. Aber nur, wenn man hier quasi eine Long-Position eingeht. Und auf der anderen Seite eine positive Funding-Rate bedeutet, dass man Plus macht, wenn man eine Short-Position eingeht. Und in diesem Beispiel hier, und das ist jetzt natürlich ein sehr krasses und auch ein sehr seltenes Beispiel, ist es eben so, dass man zwei Positionen gleichzeitig offen haben kann. Nämlich eine Long-Position und eine Short-Position. Und dadurch würden sich Kursschwankungen gegenseitig aushebeln. Man hätte also quasi keine Sorge zu haben, ob der Matic hoch geht oder runter geht. Man macht durch die Kursschwankungen weder Gewinn noch Verlust, ist also Delta-neutral und würde quasi um die 40% jetzt mal ganz großzügig gerundet Rendite pro Jahr machen mit seiner Position. Und der Vorteil davon ist, dass wenn also die Kursschwankungen ausgeschaltet sind, dann braucht man eigentlich auch keine Angst haben, um hier mit einem Hebel von zum Beispiel 1 zu 10 zu arbeiten. Denn wenn die eine Position Minus macht, dann macht die andere Position ja automatisch Plus. Man muss das Ganze einfach nur entsprechend managen. Und deshalb ist das hier eben auch jetzt mal eine Strategie, die nicht wirklich dazu dient, sich aufs Sofa zu legen und zu pennen, sondern man muss hier schon ein bisschen aktiv mitarbeiten, um diese Rendite zu erzielen. Aber immerhin, man kann hier mit einem Hebel arbeiten und das macht das Ganze sehr, sehr kapitaleffizient. Denn man braucht hier eben nicht 20.000 Dollar einzulegen, um quasi am Ende irgendwie auf irgendeinen nennenswerten Betrag zu kommen. Denn man kann auch mit einem Hebel von 1 zu 10 arbeiten und dann würde für dieselbe Rendite wie beim Liquid Staking eine Einlage von 2.000 oder 3.000 Dollar schon reichen, um quasi in dieselbe Range zu kommen wie beim Liquid Staking mit 25, 50 oder sogar 100.000. Man redet ja hier immerhin von 50 Prozent gegenüber 4 Prozent. Das ist schon mal der eine krasse Unterschied. Und auf der anderen Seite muss man beim Liquid Staking eine Einlage von 1 zu 1 machen. Und hier braucht man nur ein Zehntel dieser Einlage, sodass also das hier ein sehr interessantes Instrument ist, das durchaus aktiv zu managen ist, aber eben auch eine Sache ist, die man dann sehr zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann. Und darum geht es in diesem Video. Mit Funding Rates experimentiere ich jetzt schon seit einigen Wochen und habe damit auch ganz gute Ergebnisse erzielt. Und für mich hat sich dabei so eine bestimmte Vorgehensweise herauskristallisiert. Der erste Schritt ist in der Regel, dass ich mir eine Größe, eine Einlagengröße überlege. Wobei die Überlegungen da zum einen unabhängig sind von Kursrisiken, weil ich ja delta-neutral farme. Das heißt, es ist eigentlich völlig wurscht, wohin sich der Kurs bewegt. Ich habe kein Risiko, dass irgendwie ein Kurs runtergeht und ich dann Minus mache. Insofern habe ich da also so bei der Einlagengröße einen gewissen Spielraum. Aber auf der anderen Seite arbeite ich ja hauptsächlich mit DeFi-Protokollen. Und die sind dann eben auch Smart-Contract-Risiken unterlegen. Das heißt also, es kann tatsächlich alles weg sein, wenn die Plattform hier gehackt wird oder einen Bug hat. Insofern ist das natürlich wieder so eine Abwägungssache. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich dann meine Short-Position strukturiere. Denn die Short-Position ist in der Regel ein bisschen komplizierter. Und da sind so die Dinge drin wie Hebel und auch Gebühren und so. Die so ein bisschen Überlegungen bedürfen, aber es ist wirklich nicht allzu schwer. Es ist kein Hexenwerk. Und der nächste Schritt ist dann erst die Long-Position aufzubauen. Denn die Long-Position ist in der Regel eine sehr simple Sache. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und darüber rede ich dann in diesem Video auch. Also Einlagengröße ist jetzt in diesem Fall hier 5.000 Dollar. Also insgesamt meine Position sollte circa 5.000 Dollar betragen. Und wenn ich jetzt hier also die Short-Position aufbaue, dann muss ich hier auf Sell klicken. Und jetzt ist erstmal auch total wichtig, welches Asset nehme ich überhaupt. Und da ist es mir persönlich total egal, welches Asset ich nehme. Hauptsache ich bekomme Geld für eine Short-Position. Das wäre also hier in diesem Fall eine grüne Funding Rate. Sieht man hier auch, wenn man hier mit dem Mauszeiger drüber geht. Dann sieht man hier grün positiv gleich Longs Pay Shorts und negativ gleich Shorts Pay Longs. Das heißt also in dem Fall, dass ich hier eine grüne Funding Rate habe, bekomme ich Geld, wenn ich eine Short-Position aufmache. Und die Funding Rate, die steht hier auf ein Jahr. Das habe ich aber nur gemacht, um so ein bisschen jetzt zu vergleichen mit APY. Aber in Wirklichkeit und das kommt dann nach und nach, wenn man damit öfter arbeitet, dann geht man hier auf die Stunden an sich. Denn die Funding Rate, die ändert sich wirklich alle paar Stunden mal. Solange die Funding Rate hier grün ist, kann ich in der Position bleiben. Wenn die Funding Rate rot wird, dann ist es eine Überlegung, ob ich das in Kauf nehme, weil ich glaube, dass die später wieder hoch geht oder ich gehe aus der Position raus. Ja, welches Asset nehme ich? Dafür klappe ich hier die Liste auf. Und die dritte Spalte hier ist die Funding Rate. Und die Funding Rate sollte also grün sein, damit ich Geld bekomme für eine Short-Position. Die Funding Rate sollte außerdem über 15% liegen, weil man sonst einfach nicht die Gebühren schnell genug reinkriegt. Ab 15% geht das so los, dass man ungefähr einen Tag braucht, um die Gebühren wieder reinzuholen. Das heißt, alles, was unter 15% ist, ist eigentlich uninteressant. Und alles, was rot ist, ist auch uninteressant. Und dann bietet sich hier unter anderem der Bitcoin noch so ganz knapp an, der Arbitrum-Token. Und dann hat man hier noch Ripple und den Dogecoin. Mir persönlich ist es völlig wurscht. Ich bin ja vom Kursrisiko ausgenommen. Das heißt, das Asset, das ich nehme, ist mir auch wurscht. Völlig emotionslose Investition. Und das ist immer gut für eine Investition. Ich habe jetzt hier den Arbitrum-Token ausgewählt. Das hat bestimmte Vorteile für das Video hier, was die Long-Position angeht. Dazu aber dann später mehr. Jetzt erst mal den Arbitrum-Token. Und dann, wenn ich jetzt eine Positionsgröße von insgesamt 5.000 Dollar habe, dann kann ich hier mit Hebel arbeiten. Das heißt also, ich könnte hier erst mal meine Positionsgröße festlegen, indem ich hier 5.000 Dollar eingebe. Short-Position ist übrigens Sell, ist rot. Wenn ich hier also eine Short-Position aufmache, dann klicke ich hier auf Sell. Und dann gebe ich hier meine Positionsgröße an. Und für diese Positionsgröße muss ich eine Sicherheit hinterlegen. Und diese Sicherheit, die muss ich hier einzahlen mit Deposit. Und es ist, wie gesagt, völlig egal, ob ich hier quasi einen Hebel von 1 zu 5 oder 1 zu 10 mache. Es sollte, also 1 zu 10 heißt, dass man sehr oft quasi umschichten muss zwischen der Long-Position und der Short-Position. Aber wenn man einen anderen Hebel nimmt, einen kleineren Hebel, dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Und ich habe jetzt hier quasi einen Hebel von circa 1 zu 4 eingetragen oder aufgebaut für die Position, die ich schon am Laufen habe. Ich hatte hier 1.250 Dollar eingezahlt und eine 5.000er Positionsgröße aufgemacht. Das heißt, der Hebel liegt bei 1 zu 4. Und inzwischen hat sich hier quasi meine Einlage ein bisschen vergrößert, sodass ich also jetzt bei 3,7 ungefähr Hebel bin. Und das habe ich einfach gemacht, weil ich jetzt in den letzten Tagen nicht so oft drauf gucken konnte. Ja, und dann kann ich eigentlich hier Take Profit und Stop Loss auch weglassen und bekomme dann im Grunde eine entsprechende Short-Position. Und in dem Moment, wo die Short-Position aufgebaut ist, würde ich quasi diese 25% Jahresrendite, also annualisierte Rendite bekommen. Heißt also im Klartext, ich würde quasi 0,0028% Rendite pro Stunde bekommen, die ich in dieser Position drin bin. Und hier sieht man die Position, die ich aufgemacht habe vor ein paar Tagen. Und man sieht, das ist also eine Short-Position von 5.000 Dollar. Es gibt hier einen Liquidierungspreis von 1,10 Dollar. Klar, logisch, also wenn der Kurs hochgeht, ist es ja eine Short-Position, wird meine Position irgendwann liquidiert. Und hier kann ich natürlich entsprechend auch Kapital nachschießen, um die Liquidierung zu verhindern. Dieses Kapital würde ich dann aus der Long-Position nehmen, die ja dann entsprechend gestiegen ist. Weil wenn diese Short-Position hier Minus machen würde, dann wäre ja meine Long-Position im Plus. Dann kann ich da also Kapital entfernen, hier reintun und als Sicherheit verwenden. Insofern also, wie gesagt, mehr oder weniger risikofrei. Und dafür, dass ich hier eine Position aufgemacht habe, muss ich auch Gebühren zahlen. Und diese Gebühren muss ich auch rausbekommen natürlich wieder, sonst mache ich hier Minus. Und das ist das eigentliche Risiko hier drin. Die Gebühr, die ich hier zahlen muss, um diese Position zu eröffnen. Es kann halt sein, dass die Funding-Rate sich nicht zu meinen Gunsten entwickelt und sofort runtergeht. Zum Teil dann sogar irgendwie ich Verlust mache durch die Funding-Rate. Und dann hätte ich halt die Gebühren und das bisschen an Funding-Rate, was ich hier verliere, zu bezahlen. Das ist aber in der Regel, liegt das im Bereich von ein paar Dollar, zumindest in diesen Größenordnungen hier. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie viel Plus ich hier eigentlich gemacht habe, dann kann ich hier quasi bei in dieser Spalte Profit & Loss das nachschauen, indem ich mit dem Mauszeiger da drüber fahre. Und dann sehe ich, dass ich hier also eine Funding-Fee von 10 Dollar eingenommen habe. Und ich habe hier quasi eine Closing-Fee von 3,50 Dollar. Das heißt, ich habe Gebühren von 3,50 Dollar zu bezahlen. Die sind fix, die bleiben jetzt für immer so, solange die Position offen ist. Und die Funding-Fee, die geht jetzt, solange die Funding-Rate hoch ist, also grün ist, immer weiter nach oben. Also das heißt, meine Funding-Fee wird immer größer. Und was ich hier definitiv komplett ignorieren kann, das ist das Profit & Loss, weil das ist letztendlich der Gewinn, den ich durch Kursveränderungen habe. Und dieser Gewinn ist gleichzeitig der Verlust, den ich in der Long-Position habe. Also nur interessant, hier ist die Funding-Fee. Das sind quasi die Zinsen, die ich hier bekomme. Und die liegen nach zwei Tagen hier bei der Position ungefähr bei 10 Dollar. Und das wäre jetzt natürlich mal interessant, das zu annualisieren, wenn ich also eine Einlage von 1.250 Dollar habe und hier quasi 5 Dollar pro Tag einnehme. Wie viel APY das dann im Jahr wäre, mache ich aber nicht, weil ich habe ja gesagt, die APY möchte ich gerne aufs alten Teil schicken. Das ist also im Grunde die Short-Position hier bei HMX. Und dann kann ich also jetzt quasi mir Gedanken darüber machen, also ich bin hier fertig und jetzt kann ich mir Gedanken darüber machen, wie strukturiere ich meine Long-Position. Auf der einen Seite verdiene ich jetzt also 25% Funding-Fee annualisiert, also aufs Jahr gerechnet, auf meine Gesamtpositionsgröße von 5.000 Dollar, die ich da aufgemacht habe. Und natürlich brauche ich jetzt eben auch eine Long-Position in der Größe von 5.000 Dollar, um die Kursschwankungen auszugleichen. Die allereinfachste Form einer Long-Position ist, dass man einfach den Token kauft und in seinem Wallet hält. Und dabei ist es super wichtig, dass man total kostenbewusst arbeitet, denn wenn man quasi hier sehr hohe Kosten hat, dann muss man ja entsprechend länger in der Short-Position bleiben. Die Funding-Fee muss quasi länger halten oder die Funding-Rate muss länger oben bleiben, damit ich hier auf meine Kosten komme. Also kostenbewusst arbeiten. Dafür nehme ich dann in der Regel einen Dex-Aggregator, wie zum Beispiel hier Lama-Swap. Es gibt ja noch andere, werdet ihr sicherlich auch selber einige kennen. Und hier ist wichtig, dass ich quasi hier auf Slippage und auf Trading-Fees achte. Deshalb habe ich ja hier auch bei den Dex-Aggregators mehrere Angebote. Ich brauche jetzt also ungefähr für 5.000 Dollar Arbitrum. Würde ich jetzt zum Beispiel hier machen, indem ich Ether verkaufe, aber geht natürlich auch anders. Ja, und ich müsste jetzt hier also 3,1 Ether verkaufen, um ungefähr einen Gegenwert von 5.000 Dollar zu bekommen. 5.034 Dollar. Und dann sieht man hier, das beste Angebot liegt so bei 5.024 Dollar. Hätte ich also nochmal 10 Dollar Gebühren hier zu rechnen. Und das ist also eigentlich das simpelste Grundprinzip dahinter. Ich würde mir hier das beste Angebot aussuchen und dann entsprechend hätte ich automatisch eine Long-Position, dadurch, dass der Token in meinem Wallet ist. Also wenn der Token in meinem Wallet an Wert steigt, dann würde meine Short-Position, die ich bei HMX habe, entsprechend dann Minus machen. Es würde sich ausgleichen. Und umgekehrt, wenn der Arbitrum-Token fällt, dann würde ja meine Short-Position bei HMX Gewinn machen, weil beide Positionen nominal gleich sind, nämlich 5.000 Dollar, ist auch quasi das Ganze in Gewinn- und Verlustverhältnis ausgeglichen. Und wenn man dann etwas mehr Zeit und Lust hat, hier Arbeit reinzustecken, dann kann man seine Long-Position natürlich auch aufbauen, indem man zum Beispiel ein anderes Perpetual-Protokoll als HMX verwendet, wie zum Beispiel Polynomial. Aber da wäre auch unter anderem GMX zu nennen, wobei GMX in der Version 1 noch keine Funding-Rate in diesem Sinne hat. Aber ab Version 2 hat GMX auch eine Funding-Rate. Die Funding-Rates können je nachdem, welche Plattform man verwendet, sehr, sehr stark variieren. Das Besondere bei HMX ist, dass die Funding-Rate nicht ganz so schnell schwankt, wie auf anderen Plattformen. Das ist diese Schwankung etwas gedämpft, sodass also quasi man bei HMX länger dieselbe Funding-Rate hat, vor allem dieselbe Richtung der Funding-Rate hat, Plus oder Minus, als auf anderen Plattformen, wo das tatsächlich stündlich sich ändern kann. Und deshalb wäre es also, wenn man das so macht, hier bei Polynomial zum Beispiel sehr ratsam, die Position regelmäßig zu beobachten. Und zurzeit ist es so, dass man hier eine Funding-Rate von 80% annualisiert bekäme, wenn man eine entsprechende Long-Position aufmacht, im Gegensatz zu HMX, wo man eine entsprechende Short-Position aufmacht und da 25% bekommt. Es würde sich also hier in diesem Fall wirklich lohnen, so eine Art Funding-Rate-Arbitrage zu machen. Man hätte hier eine sehr, sehr hohe Kapitaleffizienz, weil man auf beiden Plattformen mit Hebeln arbeiten kann. Man könnte also die 5.000 Dollar nehmen und quasi mit 1 zu 10 Hebeln auf 50.000 Dollar und würde dann auf 50.000 Dollar auf der einen Seite 25%, auf der anderen Seite 80% bekommen. Ganz im Gegensatz zu der Variante, die ich vorher erzählt habe, wo man einfach nur den Token im Wallet hält und dann eben eine Gesamtpositionsgröße von 5.000 Dollar hat, weil man hat ja diese 5.000 Dollar quasi als Gesamtkapitaleinsatz und die gehen drauf für die Tokens, die man kauft, quasi mit einem Hebel von 1 zu 1 statt 1 zu 10. Das ist zumindest die Theorie. Aber die Praxis ist, man bekommt hier natürlich in Wirklichkeit nur 0,009% pro Stunde und die man quasi hier in der entsprechenden Long-Position drin ist. Und die Funding Rate, die kann man sich hier auch angucken, das ist jetzt hier die Ansicht von dem ganzen letzten Monat, die schwankt sehr extrem zwischen Plus und Minus. Man kann sich also wirklich gar nicht so richtig darauf verlassen, dass die Funding Rate längere Zeit im Plus oder im Minus bleibt. Im Gegenteil, sie scheint sogar, wenn man sich hier quasi die Ausschläge anguckt, jeden Tag einmal von Plus nach Minus zu schwanken. Jetzt kann man so sagen, das gleicht sich irgendwie auf 0 aus, aber da steckt natürlich die Lücke im Detail. Man müsste sich das eben genau angucken. Es gibt tatsächlich auch Phasen, wo die Funding Rate über längere Zeit im Plus ist. Es gibt Phasen, wo die Funding Rate hier, wie zum Beispiel Anfang September, längere Zeit im Minus ist, sodass also man hier sich im Grunde auf nichts wirklich verlassen kann und das Ganze manuell managen muss. Aber vielleicht ist es ja auch ein Ansatz zu sagen, gut, die Funding Rate ist hier im Kern irgendwie ausgeglichen, sodass ich hier also auch mit Hebel arbeiten muss, dafür dann eben das Risiko eingehe, dass die Funding Rate im Ergebnis dann doch nicht ausgeglichen war und ich dann mit der ganzen Sache Minus mache. Also das heißt, man hätte hier quasi das Risiko, dass man nicht auf seine Kosten kommt und dass man Minus macht, aber auf der anderen Seite hätte man eben das Potenzial, dass man diese Arbitrage nutzen kann und eben mit einer sehr, sehr großen Kapitaleffizienz arbeiten kann. Das ist im Grunde auch schon alles, was es zu erzählen gibt zu diesen ganzen Funding Rates und zu dem Erzielen von Rendite pro Funding Rate. Und was ich daran wirklich am spannendsten finde, ist, dass man beta-neutral ist und das ist für mich jetzt im Bärenmarkt eigentlich das Allerwichtigste, dass ich quasi hier nicht noch weiter Kursverluste einstecke, trotzdem irgendwie ein gewisses Einkommen habe, dass ich dann zum Beispiel in Ether umwandeln kann oder in andere Tokens, dass ich quasi mir eine Art Kriegskasse aufbaue, mit der ich dann Tokens einkaufen kann, wenn der nächste Bullenmarkt sich herauskristallisiert. Das war es jetzt erstmal mit meinem Video. Ich wünsche viel Erfolg. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.